You got to bump it up, don't you know, bump it up You got to bump it up, don't you know, bump it up You got to bump it up, don't you know, bump it up You got to bump it up, don't you know, bump it up Hi Freunde, willkommen zum heutigen Test Heute ist die Iskra Rumsbums Ogon Smorka dran, die 5000er Knallkette Sie kostet um die 12 Euro oder 13 Euro, je nachdem wo ihr sie kauft Ich habe sie schon günstiger gesehen für 7,50 Euro, ich glaube sogar Wir haben hier eine NIM von, jetzt muss ich selber kurz mal gucken 48,8 Gramm Spiegelt ein bisschen, kann man das lesen Da ist es, genau Ist ein F3 Artikel wegen dem Blitzknall-Satz, der enthalten ist Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich raus zur Zündung Hi Freunde, wir machen jetzt hier Blitz Rums 5000 Mal sehen, was die so kann Und, na dann, für Spaß Das gab mehr Dreck als erwartet Aber für den Preis, arzlichen Glückwunsch Obst und Rumsbums Das sind F3 Artikel bei der Rumsbums ролik Auf warte Auf ok. Auf warte Auf warte Auf warte Auf warte Auf warte Auf 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 Auf